Hallo, da bin ich wieder. Klaus Tonkarboni von Kraftbräu und ich möchte eigentlich nochmal das Programm von Sonntag vorstellen. Kraft Kiez, diesmal ein ganz besonderes Programm. Es nennt sich Bruce Burritos und Bier. Bruce als einer der bekanntesten Produzenten aus Santiago in der Beat-Szene. Das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Nummer, also etwas ganz, ganz Besonderes. Und dann kommen noch die Chilitos aus Luxemburg. Die machen authentische Burritos, Tacos und alles, was so mexikanisch ist. Also richtig was Neues erleben. Und dazu gibt es natürlich, wie immer, schöne Kraftbräubiere, unterschiedliche Sorten, so dass man auch da mit dem Essen und mit allem etwas probieren kann. Natürlich chillen, wie immer, und viel Spaß haben. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.